Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Wir sind immer noch auf der Aurora und ich muss euch was gestehen. Ich bin offscreen ziemlich viel herumgelaufen und habe gesucht und gesucht wegen den Kapitänsquartier-Code. Den habe ich ums Verrecken nicht gefunden. Das Einzige, was ich aber gefunden habe, war der Code von der Kabine 1. Nur ich war hier noch nicht drinnen, weil ich mir dachte, wenn, dann machen wir das gemeinsam. Ich zeige euch aber jetzt, wo man diesen Code finden kann. Den haben wir einfach nur übersehen. Wir müssen da wieder raus aus den Wohnquartieren und in diese Richtung zu den Umkleidekabinen oder wie das heißt, Umkleideraum. Dann müssen wir hier runter und da vorne seht ihr es schon leuchten. Wie gesagt, das haben wir einfach nur übersehen beim letzten Mal. Jetzt haben wir das PDA. Jetzt können wir zurück. Bitte gespannt, was da drinnen ist. Vielleicht finden wir da drinnen ja den Code fürs Kapitänsquartier. So, das Zeug müssen wir da wegräumen. Okay, der steckt. Dann nehmen wir den. So, und da können wir so auch hoch. Das letzte Mal bin ich ja da drüben raufgesprungen. Irgendwie hat aber auch funktioniert. So, dann wieder da rein. Da ist das Lager. War das diese Richtung? Ne, da drüben rauf. Genau hier ist es. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Wie der Code lautet. Codes und Hinweise. Nicht das Angebot, das war das, was wir gefunden haben jetzt. Da unten haben wir schon einen Zugangscode. Zur Kabine Nummer 1. 1869. Dann tippen wir das ein. So. 6, 9. Und die Tür ist offen. So, da liegt ein PDA. Verantwortungsvolle, unabhängige Beziehung. Das wird es nicht sein, denke ich mal. Aber wir schauen dann mal nach. So, da gibt es wieder was zum Scannen. Wo ist der Scanner? Hier ist der Scanner. Tun wir den Feuerlöscher weg. Ich glaube, den brauchen wir eh nicht mehr. So, am Scannen war das Doppelbett. Das normale Bett haben wir schon, aber das Doppelbett noch nicht. Eine blaue Kappe. Okay, was mache ich mit einer Kappe? Wir sind auf jeden Fall ziemlich voll. Jetzt werden wir ein bisschen was trinken und was verwerten. Dass wir da ein bisschen Platz kriegen. Und die Reisetasche, die schmeißen wir auch weg. Die brauchen wir eh nicht. Ist nur unnötig. Und falls wir es doch irgendwann haben wollen, dann können wir uns das Ding hier holen. Da gibt es ein Wandregal. George Blühstier. Okay. Das nehmen wir auch. Gibt es Wasser? Das können wir auf jeden Fall brauchen. Medikit nehmen wir auch mit. So. Gut. Wie gesagt, den Code für das Quartier, ich denke, den werden wir später irgendwann bekommen. Oder, keine Ahnung, muss ich mal irgendwo nachsehen, wo man den bekommt. Aber wir werden fürs Erste, vielleicht werden wir heute wieder die Insel besuchen und uns den Knollenbaum, was ich die letzte Runde erwähnt habe, holen. Damit wir den anpflanzen können und eben mehr Wasser bekommen, wenn wir den essen. Da sind wir voriges Mal reingekommen. Müssen wir da hoch? Unten gibt es eigentlich auch nichts mehr. Ne. Oder? Was ist das? Achso, das ist Papier. Ne, dann gehen wir hier rauf. Schade, dass ich den Gabelstaub noch nicht mitnehmen kann. So, dann da raus. Da geht es zur Verwaltung. Das heißt, wir gehören in diese Richtung. So, und da sind wir jetzt wieder draußen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass uns nicht wieder diese hässlichen Kreaturen da ins Genick springen. Aber wir haben eh die Kanone. Die ist super gegen die Teile. Vielleicht können wir sogar so einen Todessprungwagen hier. Ja, probieren wir einfach. Werden wir schon überleben. Sehr geil, haben wir überlebt. So, dann schwingen wir uns in die Mode. Und hauen von hier wieder mal ab. Aber ich denke, das war nicht das letzte Mal. Das war sicher nicht das letzte Mal. Dass wir hier waren. So, aber ich mache jetzt einen kurzen Cut. Ich fahre einfach nur zum großen U-Boot zurück und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Sind schon angekommen beim dicken U-Boot. So, dann schmeißen wir uns da rein. Als allererstes müssen wir mal das Inventar leer räumen. Die Spinde sind unten. So, dann geht der hier runter. Okay, der ist voll. Der ist auch schon voll. Hier ist Platz. So, dann schmeißen wir mal das ganze Essen rein. Zwei Medi-Packs. Dann das Poster. Die Sachen, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen, schmeißen wir alle da rein. So, von den Batterien kann ich auch einige da lassen. Eigentlich zwei mitten im Reichthaus. So, dann trinken wir Wasser. Gut, dann sind wir wieder voll. Das heißt, wir werden uns jetzt in Richtung Insel begeben. Dass wir den Baum holen. So, Maschine einschalten. 89% nur mehr. So, jetzt müssen wir die Aurora suchen. Die ist genau hinter uns. Genau. Da ist die Aurora. Da ist das Heck von der Aurora. Und da vorne ist die Wolke. Das heißt, wir müssen genau da geradeaus. Wenn wir den Baum haben, dann werden wir noch, also mich würde echt interessieren, was unter dieser Insel ist. Ob da auch irgendwas zum holen ist. Werden wir da einfach runter tauchen. Jetzt können wir mit dem Ding können wir eh 500 Meter runter. Da werden wir ein bisschen nachsehen, was da so herumliegt. Oder was da für Rohstoffe gibt. Aber eigentlich könnte ich jetzt... Ich mache hier auch einen kleinen Cut. Weil da braucht ihr nicht zusehen beim rüberfahren. Bis gleich. Da bin ich wieder. Da ist die Insel. Wir sind schon da. Ich bin gespannt, ob wir den Knollenbaum schnell finden oder ob wir da eine Weile suchen müssen. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich da anfangen soll zu suchen. Aber wir werden es schon hinkriegen. So, wir werden hier parken. Die Motor ausschalten. Dann gehen wir auf die Insel. Da werden uns wieder unsere hässlichen Freunde begegnen. Ah, schaut mal. Hier ist der Knollenbaum. Sehr geil. Okay, gescannt haben wir den. Den habe ich das letzte Mal schon gescannt. Und warum habe ich dann nicht schon mitgenommen? Naja. So, dann brauchen wir das Messer. Dass wir dann ein paar Stücke rausschneiden können. So, das müsste reichen. Dann können wir schon wieder zurück. Okay, das... Ja, funktioniert. Okay. So, dann rein da. Die Teile schmeiße ich gleich in den Spind. Eines lasse ich drin, weil das pflanze ich oben gleich ein. In das Beet. Da werden wir jetzt so die Kartoffeln abräumen. Aufpassen, dass wir den Knollenbaum nicht essen. Sehr schön. Na, da wächst er schon. So, jetzt tauchen wir da schnurstracks runter. Und schauen wir, was wir da finden. Ich hoffe, nur keine Kreaturen, die uns irgendwie killen wollen, oder... Ich meine, sie können es ja probieren, aber... Solange sie es nicht schaffen, ist mir egal. Oh Gott. Wo bin ich jetzt dagegen geknallt? Auf der Anzeige war nichts zu sehen. War sicher wieder nur irgendein Fisch. Aha. Jetzt war was auf der Anzeige zu sehen. Hinter uns. Fahren wir ein Stückchen nach vor. Immer noch hängen wir da mit dem Heck irgendwo, oder was? Ich schau mal in die Außenperspektive. Nee, da ist alles frei. Kein Problem. Dann tauchen wir noch weiter runter. Dann hauen wir uns jetzt hier raus. Ah ja, die... Das Kreislaufdachgerät muss ich noch anlegen. Wenn wir doch ein bisschen tiefer sind. Die Fische machen da ganz schön Stress. So, da ist Gold. Das haben wir aber. Da brauche ich nicht extra hierher fahren. Nur wieder darauf achten, dass wir nicht erst saufen. Hier gibt es Rubin. Okay. Was ist denn das? Also, aber ich glaube, da liegt was. Quarz sehe ich da unten. Das ist sicher wieder Gold oder irgend sowas drinnen. Das lassen wir jetzt da. Also, das bleib wahrscheinlich. Da ist Quarz. Den können wir auch reinpacken. Anscheinend müssen wir da noch weiter runter. Aber zuerst gehen wir Luft... Luft tanken. Oh nein. Der ist auch hier. Verdammt. Der geht mir sicher wieder auf den Sack. Da ist noch Rubin. Sammeln wir ein. Hier ist der Zweite. Was ist das? Salz. Das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ach du Scheiße. Das ist richtig unheimlich hier. Vor allem, wenn ich nicht weiß, was sich da in den Tiefen herumtreibt. Wir werden jetzt den Kleider nehmen. Können wir notfalls vielleicht abhauen. 53% Energie. Das heißt, da kommen wir auch noch ein Stück. Notfalls habe ich noch... Was ist denn das hier? Ah, das können wir scannen. Das muss was Neues. Gelsack. Okay. Das ist auf jeden Fall was Neues. Das haben wir noch nicht gehabt. So, schnell zurück. Wieder auftanken. So ist der... Der komische Freak da... Irgendwo? So, bei dieser Gelegenheit... Werden wir gleich wieder... Entladen. Weil sonst finden wir irgendwas Schönes vielleicht. Und dann kann ich es nicht einstecken. Und runter da... Gleiter. Und runter da. Das ist nix. Ein bisschen Quarz könnte ich schon mitnehmen, wenn das schon so viel ist. Was ist denn das? Diamant. Quarz. Die Bäume kennen wir schon. Membranbaum, glaube ich, heißen die. So, gibt es hier irgendwas Neues? Ne, das ist wieder so eine normale Ablagerung. Salz. Also, dann nehmen wir Quarz wieder mit. So, wie weit sind wir weg von dem Ding? 150 Meter. Naja. Lieber zurück. Bleiben wir lieber da in der Nähe. Was ist das? Das ist wieder Quarz, oder? Ja. Quarz brauche ich auf jeden Fall, weil wenn ich die Base weiterbaue, dann brauche ich die für die, für die Glasgänge. Und hier ist noch so ein Gelsack. Den nehmen wir auch mit wieder. Da war irgendwo ein Rubin. Da ist ein Rubin. So. Wieder entladen. Sehr gut. Siehst du, wir könnten jetzt mal gucken, was wir brauchen für den, für den Krebsanzug. Dass wir den herstellen. Wo ist denn der? Da ist er. Ah, da brauchen wir wieder diese Aero-Gel. Achso, das weiß ich noch nicht, was das ist. Evaliertes Glas. Das bekommen wir mit Glas und den Pirscherzähnen. Das ist kein Problem. Diamant ist auch kein Problem. Blei ist auch kein Problem. Und die Barren, da brauchen wir glaube ich, oder mal, 10 Titan für den, für den Titan-Barren. Genau. Und, was war das andere? Lithium, glaube ich. Genau. Und das Aero-Gel, das kenne ich noch nicht. Aber vielleicht können wir dann auch schon beim Fabricator. Normalerweise müsste ja das irgendwo angezeigt werden. Synthetische Fasern. Benzol. Salzsäure. Aber für das brauchen wir die tiefen Pilze. Okay. Was machen wir mit Salzsäure, verdammt? Aero-Gel, da haben wir es ja. Ah, da brauchen wir den Gelsack und Rubine. Das trifft sich ja sehr gut. Das trifft sich ja sehr gut. Das sammeln wir gerade. Sehr schön. Das passt wie die Faust auf Sorge. Aber wir sind schon wieder bei 20 Minuten angekommen. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt und meine Videos anseht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was es für mich bedeutet. Und deshalb hoffe ich, dass es euch wenigstens ein bisschen gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Danke, euer Outcore. Danke. Danke.